Vielleicht ganz typisch, wie bei Trap, hört man das so. Ja. So ist das geil. Er heißt Oliver Musik mit K, ihr Dunkelköpfe. Ähm. Ich hab keine Ahnung. Kommt davon, ob ich das fertig bekomme und ob ich Lust habe. Ich muss, weißt du was? Ich geh mir jetzt die Nase schnauben. Im Stream. Ich bin in 30 Sekunden wieder da. Moment. Och, geil. So. Nasen-Fetisch. So ist das geil. Geil Heh eh So ist das Geil Geil So ist das Geil Das kommt mal, das kommt später. Ich muss hier noch ein bisschen mehr Schmackes reinbringen und den Bolt ab. Bisschen cooler. Bisschen cooler. Fast immer. Decke, du Hobbit, du Eisengard. Das würde eigentlich, warte mal. Das würde ja mehr dazu passen. Ich habe ein anderes Hirn. Ihr könnt das ja eigentlich gar nicht sehen. Ich habe das ja alles umgestellt hier. Und zwar das Fenster, wo ich immer diese Sachen rausziehe. Ich mache das mal kurz weg. Ist das das hier? Ne, das ist er für Studio. Das ist der Chat. Und... Ah. Ups. Höh. Habe ich das denn gemacht? Ach, ist egal. Dann bleibt das für immer ein Geheimnis. Nein, eigentlich weiß man ja, was da ist. Das ist dieses Fenster, dieser Browser, wo ich die Sachen rausziehe. Das ist das, was da ist. 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 eizenberg, wo ist das geil!? Geil, 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 Geil. Geil, 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 Geil. Eiii- Eiiiiih- Geil, 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 Geil. Eeeeei- Hab ich das nicht? Höhh, halb nicht. Eeeehm. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, die fällt grad auf. Ah, ich muss die Effekte anmachen. Ups. Äh, tic-tic-tiu. Eisengard. 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 Boah, halt da diese Halle. Macht das immer kurz aus. Eisengard. Nee. Eisengard. Ganz kurz. Eisengard. 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 Oh, das war falsch. Ups. Was kommt alles hier hin? Mist. Äh. Oh, ich bin immer noch ein bisschen occult. Warte mal, das war, das war ein geiler Move. Warte mal, das war ein geiler Move. Tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac Ich sollte mal die Effekte wieder anmachen Eisengarde, Eisengarde Packen die Hobbits in Eisengarde So ist das geil, 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 geil Oh, 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 nit, delix, delix, delix Sollte erst spätagommen Ja, fängst ich... Wie mache ich das jetzt? Kann ich das...? Nö, Mist. Warum ist das so? Geh doch da runter, Gott. Ach, ich will es nicht kopieren. Ups. So, dann kommt das hier hin. So, war schon richtig. Na, warte mal. Ja, das kommt davon, wenn man noch erkältet ist und streamt. So, da machen wir noch ein paar coole Moves rein. Warte mal. Ne, 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 warte mal. Das mache ich mal hier anders. Kopieren. Geigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeigeige EISENGAI Gag Bhiru Au Keis Take in the hop Puh Gag Bhiru Aach Mist äh, was sagst du dazu, dass Kedosu schaut ähm jetzt übrigens nicht mehr ich kann sehen, wer alles zuguckt jetzt ist er gerade gepachtet was ich dazu sage ja, wahrscheinlich interessiert er sich für Musik mehr oder er interessiert sich für, wie ich das mache und find das geil dann ja, was soll ich dazu sagen find ich nice wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und äh, das geil findet dann find's man halt geil, ne und ich, äh, ich bin nur derjenige, der die Musik macht und der, der versucht irgendwie zu unterhalten wenn ich jetzt Danke sagen würde, dann würdest du, weißt du, dann würdest du dich so anhören mit, wie machst du Daft Punk? ach so, mag so, ups, hab ich verlesen ähm ja, paar Lieder von denen The eyelashes von denen taking the hobbits and taking the hobbits isengard Taking the hobbits to Isengard Taking the hobbits and taking the hobbits And taking the hobbits to Isengard Taking the hobbits